Aber dann kommt jetzt erst einmal der Franz Lang. Und was hat der? Die Hermann-Löhns-Medaille in Platin vor kurzem bekommen. Ach was, ich meine doch medizinisch gesehen, Blutgruppe. Voll Blutmusikant. Aber irgendwelche Beschwerden muss er doch haben. Was? Der Franzl? Aber den kennen's schlecht. Der beschwert sich über nichts, der hat an allem seine Freude. Und übrigens lebt er nur nach der Devise, auf und voll Lebenslust. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020